Bist du einer dieser Menschen, die immer eine Antwort parat haben, so als hätten sie alle 5,7 Millionen Artikel auf Wikipedia gelesen und das sogar zweimal? Einer der anderen gern hilft und bei Fragen zur Seite steht? Ja, wir finden dich super! Hi, wir sind das ITDZ, Berlins zentraler IT-Dienstleister. Wir betreuen nicht nur 14.500 PC-Arbeitsplätze der Berliner Verwaltung und betreiben über 3.000 Server. Nein, wir nehmen auch jeden Tag 4.380 Anrufe über das Bürgertelefon 115 an. Und täglich werden es mehr. Dafür brauchen wir Unterstützung. Dafür brauchen wir dich als Servicefachkraft für Dialogmarketing. Das Bürgertelefon 115 beantwortet jede erdenkliche Frage von einfach wie, wo beantrage ich einen Personalausweis, über Kurios, welche Souvenirs darf ich aus dem Urlaub mitbringen, bis hin zu allgemeinen Fragen im Verwaltungsdschungel. In nur zwei Jahren bilden wir dich zum Berlin-Experten aus. Wir schulen dich in allen Dienstleistungen rund um die Berliner Verwaltung. Du erlernst Rhetorik und Kommunikationstechniken und wir halten dich mit fortlaufenden Weiterbildungen immer auf dem neuesten Stand. So bleibst du motiviert und engagiert, weshalb wir auch 99% aller Auszubildenden übernehmen. Während andere in Berlin arbeiten, arbeitest du für Berlin. Deine Stadt braucht dich. Bewirb dich jetzt unter itdz-berlin.de slash karriere